Jeder Skifahrer muss Geschwindigkeit und Fahrweise seinem Können und den Gelände, Schnee und Witterungsverhältnissen anpassen. Vor dem Losfahren sollte man sich durch einen Blick nach oben vergewissern, ob die Piste frei ist. Die Teufel haben auch von dieser Regel noch nie etwas gehört. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020